Jo Leute, willkommen zu King of Hearts Final Mix. Und ich würde sagen, mach mir weiter. Wow. Okay. Äh, Items? Ich hätte nicht so viele Items verschenken sollen. Oh man. Oh man, oh man. Oh Mist. Oh, der eine ist so mies. Oh, 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 oh. Vielleicht bekomme ich von den kleinen Viechern in den. Du bist jetzt mein Barabbas, right? Okay, ähm. Was? Ich wusste auch was, was ich tue. Ganz geht's noch. Gibt's noch eins aufs Auge und... Ein Markus hat mir gesagt, äh, es ist, es gibt keine Pausen hin. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht schaffe, muss ich alles davon machen. Alles. Okay. Okay, weg. Immer heim. Kurz warten. Okay, weg. Ja. Tolle Sache. Und? Was? Mist. Ich will kein Elixier verschwenden. Genau im richtigen Moment. Jetzt muss ich. Oha. Weg, 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 weg. Alter. Da wurde gerade was gespawnt, glaube ich. Okay, wenn der sich bewegt, glaube ich. Thunder-Wählchen. Ja. Ja. Alter. Der ist ja ganz schön nervig. Alter. Den habe ich komplett vergessen. Oh man, ich bin gerade so... ...aufgeregt. Wie? Ich bin nicht alles von vorne machen. Oh. Ich habe ab. Weiß nicht, Rikos Schwert eigentlich? Das ist Rikos Schwert an. Alter. was soll der kack genau jetzt will ich aber nicht dass du bewegst genau ich habe das spiel langsam nichts gegen euch aber ja ich brauche ich treu es hier wo Das ist ein Schmerz! Der Schmerz! Die machen Schwierigkeiten, ja nicht. Okay, hoch. Zurück. Warum, warum nicht mit Donut, Puffy? Man, die sind jetzt so unnötig im Kampf. Also, dass ich jetzt mitgeschleppt habe. Schöne Freunde. Swaynex. Ich hatte langsam das Spiel Swaynex. Oh, das ist so unnötig im Kampf. Oh, das ist so unnötig im Kampf. Okay, ich war nicht, ich war nicht. Ich habe jetzt nicht mehr. weiter soll ich immer näher angehen oder was ok ich schwörte ich hab doch wieder ich stehe nicht mal ok rein das war ganz genau Sein... Alter... Wie mich das Spiel aufregt... Wie mich das Spiel so sehr aufregt... Oh Gott, es kam scheiße, die haben richtig rein, sag ich mal so. Ach, komm... Ach, komm... Ach... Dafür will ich pro Schlag 1 mp. Okay... Abhauen, 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 abhauen... Ganz stark nach rechts. Kann er mich auch nicht mehr. Ja... Jetzt wieder... Alter... Okay... Nein... Sehr ernst... Okay... Ich warne dich... Ich warte noch eine Runde... Oh... Ahn, Sam... Das wissen wir bereits verstanden... Oh... Nein... Nein... Es darf nicht enden... Es darf nicht enden... Okay, ich glaube immer näher... Was? Alter... Leute... Was ist da unten eigentlich? Ich muss hier unten auch noch kämpfen... Alter... Das geht eh nix... Mein letzter Elixier... Das hebe ich lieber auf... Da kann ich mich aber nicht mehr heilen... Ich versuche... Jetzt anzugreifen... Okay... Langsam näher... Jetzt ein bisschen... Weiter weg... Okay... Ich will die Fledermäuse... Ein bisschen bekämpfen... Nein... Ich will es noch nicht verschwenden... Okay... Ich versuch... Ich versuch's... Ich versuch's... Ich versuch's... Ich sagte... Ich versuche es... Ich weiß nicht, dass es perfekt... Oder es mir gelingt... Ich versuch's... Ich versuch's... okay ich möchte nicht alles von vorne machen was habe ich hier unten okay ganz schön nervig hatte monikos recht jetzt weiß ich ich dachte einfach nervig ich wollte gleich wirklich Ok, eine habe ich, bleibe ich einfach so an, oh Mist, einfach raus, es gibt keine Pausen, wir müssen das weiter machen. Nein! 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 Nein, bitte! Nein! 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 es darf nicht sein sie sind auch so weit gekommen weiter 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 nein 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 ich schwöre es dir wenn ich sterbe dann schreie ich so sehr ich schreie ich schreie ich habe gar nichts mehr ein schlag und ich bin tot und er ich war nicht ich war nicht oh mein gott ich dachte ich muss eins von vorne spielen ok jetzt habe ich nicht mehr sehr ich wollte ich dachte ich muss die ganz nach vorne spielen ok jetzt habe ich keine angst mehr ich war schon glücklich das spiel abbrechen jetzt kommen die kleinen kurz gucken ok ich habe noch drei chancen ok immer abhauen gut Ähm So, diesmal war ich bis mir Aber nicht, schaffe ich das Endgültig Obwohl, das sieht nicht gut aus Ach man, wenn ich mal schlagen will Ach der, am Ende immer Immer am Reifen Und jetzt Schnell weg Komm her Okay Der andere Ähm, ich wenigstens LP Äh, nicht EP, sondern Äh, LP Also Magiepunkte Komm, komm, komm Ich will nicht alles mal vorne machen Ich will das hier spenden Endgültig Okay Scheiße, angefangen Ach komm Ja, ich kam gleich zu dir Was ist das jetzt? Jetzt wird es ein bisschen kritisch Oh Mann, oh Mann Ich will das hier spenden Endgültig Ich zieh's durch Egal wie lang ich brauche Und wehe, sag mir Sag mir, sag mir Sag mir noch einmal Also Wenn ihr mir sagt Es wird schwieriger, ne Ich Ich steh durch Ich stehniere bis Level 100 Das andere Keine Gnade Okay Mega Ich stehniere bis hin 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 Weißt du, ob man Wenn er dieses Auge hat Dann bin ich sicher Und kann ihn angreifen Habe ich so ein Gefühl Okay War blöd Oh Mann Oder wenn dieser Links sich erholt, würde ich sagen Aber Das ist hier Keinem Jetzt nur noch nach links Äh, ja Genau, nach links Okay Ganz ruhig Okay Schnell, schnell, schnell Bevor er sich Reguliert Abhauen, abhauen Okay Jetzt wird es ein bisschen schwingen Und Hoch Alter, das ist doch knapp Okay, Aura Nein Beim zweiten Mal Glaube ich Kann ich Autsch Am Reifen hat mich mit Zerschrocken Oh Mann Oh Mann Ja Toller Mist Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Ich würde mich gerade heilen Irgendwie erlauben Gießen wir nicht Okay Dann zweite Mal Jetzt kann ich gleich durch Oh Mann Wo ist es durch? Durch ja ja ok leute oh man ich würde sagen wie es dann weitergeht dass sie mir beim nächsten mal also leute bis dann tschüss